Hi, ich bin Johannes von CONNECT und jeder von euch kennt bestimmt dieses Problem. Ob nach der Arbeit oder auf dem Weg in den Urlaub, man möchte so schnell wie möglich an sein Ziel kommen. Doch Autos und Busse stehen häufig im Stau und die Bahn ist mal wieder ausgefallen. Was also tun? Unsere Lösung dafür ist die Ridesharing-App CONNECT, welche Navigation und Mitfahrgelegenheiten miteinander verbindet. So werden nicht nur Autos besser ausgelastet, sondern auch Emission und Verkehr reduziert. Über die integrierte Navigation können selbst spontane Fahrten ohne Aufwand zu Mitfahrgelegenheiten werden. Zudem kann so der optimale Treffpunkt zwischen Fahrer und Mitfahrer ermittelt werden und außerdem in die Strecke eingebunden werden. Also CONNECTet euch und schon so nicht nur die Umwelt, sondern auch euren Geldbeutel.